Jetzt bin ich auf der Fähre von Izmir-Alsanja nach Izmir-Konark. Die Überfahrt kostet 3 Lira, das sind umgerechnet 50 Euro. Konark muss ungefähr doppelt sein. Hier ist ständiger Fährgetriebe. Man kann auch mit der S-Bahn rüberfahren, aber mit der Fähre ist es natürlich schwer. Man kann auch mit der Ferne und der Ferne mit der Fähre. Die Ferne und der Ferne und der Ferne. Die Ferne und der Ferne und der Ferne. Und die Überfahrt dauert um wieviel, fünf bis zehn Minuten.